langlaufen mehr Nick ich höre jetzt die Nummer 1 Hihi ich bin total unsichtbar ich kann keiner sehen geh weg er hat mich ja immer noch im Visier Hau ab jetzt gut der ist weg jetzt muss ich warten bis der dann wieder weg ist also ich muss ja alles schön geschmeidig machen gar keinen Stress machen lassen ist er weg schönes Ding da befreien überspringen wir jetzt hier ja aber gesagt überspringen wir na super das kann ich natürlich nie überspringen so passt schon Kollege nehmen wir diesmal direkt diese hier irgendwie das gibt's doch nicht das ist doch voll mit dem Rücken zu mir das gibt's doch nicht lasst mich jetzt in Ruhe so die befreien wir jetzt so die befreien wir jetzt da oben sind zwei Leute die mich im Visier nehmen der hier unten der hat nix mit mir ist einmal der jetzt hier da oben okay und der da hinten steht lass mich doch mal in Ruhe ich will nur aufs Klo ähm so schwupp da ist jetzt sind jetzt zwei Stück der da hat mich im Visier und der da steht einfach nur weil ich's kann so jetzt haben wir alle befreit wir wechseln auf das Schwert wieder sicher ist sicher eine einzige Stunde Ruhe mehr wollte ich nicht stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt ich verlange eine Erklärung und zwar am besten eine gute was wie ist das passiert meine teure Ware freigesetzt das akzeptiere ich nicht den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen doch erst schaffen wir hier noch Ordnung schließt das vor tötet jeden der flüchten will ist mir egal ob er zu uns gehört oder zu dem der sich dem Tor nur nähert ist tot war das deutlich die Vertonung ist super aber die Gesichtszüge sind einfach zu dödlich oh er ist schon da erkannt zurück die 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 vor Der muss gegen zwei anstreben hier Das ist scheiß unfair, Alter Jetzt bist du weg, Alter Bam Je, das ist ein perfekter Scheiß So, weg damit Den rotzen wir direkt in die Fresse Vor allem, weil er jetzt auch schon die Assassinen-Technik hat, ey Alter, das sind perfekte, scheiß Kleine Bauernleute, die fast glatt wohnen, ey Und ihr? Was macht ihr da für eine Scheiße? Jeder Typ, der will ballern Amarsch, das suchst du Was man auch sagen muss Die Zielerfassung Au Au Die Zielerfassung ist schon mal richtig schön Also die ist nicht mehr so extrem bescheiden wie Äh Ja, letztens halt, also wie früher Alter Schwede Ey, ich bin fast down So So Auch mit Y noch Y mach ich hier diese Das ist dem hier noch Gib ihm So mal, habt ihr noch nichts geschafft hier Wo sind meine Leute? Sie sollten mal mitkommen Ja, aber das müsste am besten jetzt schon erledigt sein So, jetzt weg damit Hier, komm Ich glaube, es sind unendlich viele, die hier kommen Ich glaube, das bringt nichts Ich muss mich da, glaube ich, schon nach vorne campen Äh, kämpfen Kämpfen Okay, auch schön Benjamin Franklin Wer ist dafür verantwortlich? Halt mit ihm Gib ihm Ja, ist der böse Bas hier Den gibst du hier Ununterbrochen Immer auf die Fresse Jawoll Deine Mutter Ich versprach's dir, Silas Und ich werde es einhalten Böhm Der hat dich noch ein bisschen winseln lassen, ey Der hat dich noch ein bisschen winseln lassen jetzt Vielleicht sind das ja die, die wir gerettet haben Und die kriegen das Kind, Conor Und damit wird die Geschichte weitergeführt, glaube ich Das wäre auch gut möglich Und was nun? Kacken Wir warten Kacken warten Ja, ein mysteriöser Gast Oh, nicht geschafft Oh, nicht geschafft Oh, nicht geschafft 100 von 195 Ich weiß nicht, was ich mal da machen muss Zwischenmission irgendwas Sequenz 1 Äh, Sequenz 2 beendet Ja, das freut mich doch Und er hat die CD aufgehangen Nein, nein, nicht Geht's jetzt richtig los? Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich Doch leider blieb es still Meine Männer sind unruhig Wollen wissen, wie's weitergeht Aber ich habe keine Antwort Lia allein bleibt unermüdlich Verfolgt selbst die kleinsten Spuren Er streift durch die Stadt Und die angrenzenden Wälder Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft Es war eine Frau bei ihnen In jener Nacht Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht Wenn wir sie fänden Bekäme ich meine Antworten Ich kann nur abwarten Und hoffen Dass meine wahre Mission Bald beginnen wird Oh, die Stimme ist echt geil Muss man ganz ehrlich sagen Doch, die ist schön Gefällt mir Salut Komm ich jetzt wieder zurück in the real life Oder Oh, Winter Boston 1755 Sequenz 3 Hätte ich mir auch schon nächstes Mal Ein Haus kaufen können Und so, ne Gibt's auch irgendwelche Mini-Missionen Die wir hier Hier ist ein Aussichtsturm Aussichtsturm Was ist das hier? Geheim Gemischtwarenhandel Einmal nach Heifem Hauptmission Ach, Heifem Heifem Nicht Heifem Was ist das hier? Interaktives Gespräch Haben wir ein paar Ein paar Türmchen zu begatten Einmal nach Taverne Ach, du dicker Ein Schatz Da gehen wir Einer Einen Schatz will ich haben Muss ich hin Da muss ich hin Pferd Es geht ein Schatz holen Ich steig auf das scheiß Pferd auf jetzt Einmal aufbauen Aufbäumen Und ohne Sound Yeah, ohne Sound Boah, sind fast ein Kilometer Die ich jetzt da hindödeln muss Du dicker Ehring Hallo Der Platz da Ich bin wichtig Schon wieder? Und wir waren sauer jetzt Glaub ich Das konnte ich jetzt nicht verkneifen, Leute Und diesen Schweine da Mike down Das heißt, müssen wir noch einen Weg jetzt da hinten finden Woher weiß er eigentlich, dass da auf der Karte jetzt dann Schatz ist Morgen Ach ja Nein Ich dachte hier gerade aus Ich gucke noch ein bisschen um Hey Nein, nicht so schnell Oh Was? Kollege Oh, hier ist ein Turm Ich steig mal an den Turm schnell hoch Wenn ich schon mal hier bin Hat der gerade gefurzt? Das Fährt hat gefurzt Doch Hast du Gibt's ja wohl nicht Come on Alter Alter Ach da Hast schon Synchron, Alter Like a boss Schön Sehr, sehr, sehr schön Doch Gefällt mir doch Was? Was ist passiert? Nichts passiert Alles Paletti Weg da Ich muss durch Wichtige Menschen haben wichtige Sachen zu tun So, noch ein halben Kilometer Dann sind wir eigentlich da Druckerei Freut mich doch Reit, 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 reit Wahrscheinlich müssen wir irgendwann wieder wegen irgendeinem Scheiß wieder gehen rauen Rennen Und das hat überhaupt keinen Sinn, dass wir das jetzt tun Aber ich tue das jetzt Halt Können wir auf mein Pferd aufpassen? Ah, fressen wir nicht die Perücke vom Kopf Hopp Hoch da Ah, Junge Dann sollst du nicht aus der Übung kommen, ne? In den Winterzeiten frisst man sich ein bisschen Speck an Fröhliche Weihnacht Überall Alter Verpiss dich hier Ähm Meinst du, das schaffst du? Boah, scheißenknapp an dem Dreckshaus vorbeigeflogen Fältchen Fältchen Da ist Fältchen Bleib geschmeidig Geh weiter Oh, pum, pum Halt Hier ist ein Spielplatz Hui So, wir kommen dem Schatzen immer näher Ich wollte eigentlich nur so ein 10, äh 19 Zoll Fernse Jetzt habe ich hier so ein 21 Zoll Fernseher wieder vor mir stehen Womit ich spiele Ah, naja Für das Geld konnte ich nichts gegen sagen Hab ich gesagt, gut, nehmen wir mit Bei meinem ersten Fehler, äh Bei meinem ersten Fernseher Was ich wie gesagt schon hatte hier Da hatte ich keinen Komponentenanschluss Scheiße da Na, das war nicht so Nicht so clever So, Pferdchen Sitz Der hat schon wieder gefurzt Schloss knacken Über Hindernisse springen Was sind da Hindernisse? Ey, jetzt im Kreis drehen Halt Nein, rein Verstehst du nicht Warte mal So Jetzt im Kreis drehen So Ja, ich drehe Eeeh Eher im Kreis drehen Um den richtigen Winkel zu finden Dann den Haken Ja, ich kann auch jetzt gerade drehen Wie ich will So Den rein Ich weiß gar nicht, was ich machen muss So Wo fährt's mit dir? Das ist immer ganz komisch hier gemacht Ey Schön, dass man das mal machen muss Was willst du mich jetzt verarschen? Nein Los, los Los Geh auf jetzt Möchtest du das mehrere Male machen Oder was? Der akzeptiert auch irgendwie Die Befehle nicht so ganz Bei dieser Angelegenheit Guck dir an Ich kann gar nicht so schnell reagieren Wie er dann plötzlich sagt So, jetzt die Position halten Vor allem er dreht und dreht und dreht und dreht Ich hab überhaupt nicht Ich halt nur da hin Ich mach nichts Leute Hallo Ach komm Ja, nochmal rein Weil wenn er dann die Anzeit dreht Dann Ich hab solche Fuckelaufgaben Weißt du das eigentlich? Ich hab keine Ahnung Ich hab solche Fuckelaufgaben Und ich hab solche Fuckelaufgaben Ich hab solche Fuckelaufgaben Und ich hab Darrin aufge それ Duty Ich hab ihn